Händchen heißen, oder? Händchen heißen, oder? Händchen heißen Brauch ich jetzt nicht Ein Wartner-Sproben War nicht in den letzten Schuhen klar Geil Höhe Krasse Höhe Ich liebe die Höhe Die sind ein bisschen schwerer, ne? Die Hände sollen bügeln Es dreht sich! Bei uns macht das Danke, da krieg ich ein bisschen Aussicht für die Kamera Vielleicht hat er das gesehen Da stand Artistik Da ist mein Zug nach Hause Ich muss weg, ganz dringend Scheiße, meiner fährt in die andere Richtung Hinten ist der Hauptbahn Ich hab das nämlich da hinten, ich kam mit dem Zug gar Ja, ich hab das hier schon gesehen Ja, weil man hier einfach so einen Kreis mit dem Weg hat Oh mein Gott So ist schön, so kann es bleiben Können wir im gleichen Tempo wieder runterfahren, bitte? Das Tempo, das muss mehr sein, aber ich find die Höhe schon mal nicht schlecht Wenn wir hochgekommen sind, können wir runterfahren Der macht nur eine Runde Macht nur eine Runde, dann wird das stehen Aber danke für die Aussicht Dreck ist das hoch Für die Kamera, falls ich es nicht überlebe Dreck ist das hoch Wenn hier so ein Schuh runterknallt, ist das bestimmt auch geil So aus dem Kopf Das ist geil, das heftige ist, wenn du jetzt mal denkst Der Büro geht ab Aber ich vertraue dir die Leute Ja, die sind jetzt langsam echt wirklich sicher Da geht schon nicht mehr Die sind so gesichert, so gesichert, so gesichert Und dann nochmal da und hier Schönen Gruß an alle Abonnenten Das sind jetzt 400, glaube ich Dann flieg ich raus Ja, ich hab nicht gemalt Besuch doch einfach mal Kirmes Filmworld auf Youtube Ja, Kirmes Filmworld Keine Onrides von mir an der Hand Einmal bitte oben oder unten Jetzt vielleicht schon ein sehr neues Youtube Unten links bitte klicken und dann einmal fällt auf Abonnieren Solche Onrides hat der Moritz exklusiv gemacht Wir dürfen uns noch eine Runde drehen Richtig aufsagen, ich habe dich aufsagen Ja, sehr gut Trägt die aber langsam Machen wir schneller Echt? Ja, der wiegt Dass sie oben stehen, macht es nicht besser Um ehrlich zu sein Rechte Lichtposition Wie, jetzt macht die Bremsen raus Oder macht hast du die hier? Ich dachte schon Das ist ja, weil man schrägelt Ah Das sind jetzt schon mal zwei Minuten Wuhu Wuhu Boah, Scheiß Das ist weh doch mal hier Eigentlich doch Wuhu 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 Was sagt der? Es gibt ja jetzt schon Gas Schmerz in den Füßen Schmerz in den Füßen Aua Wuhu 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 Biss Krasse Scheiß, ne? Zu windig Wuhu Wuh Wuh Es gibt da noch mal Gas. Und dann gibt er Gas. Nein, er gibt jetzt Gas. Es tut wieder weh. Oh, meine Füße, Mann! Meine Frisur, Mann! Fuck, es gibt da richtig Gas. Und jetzt bremst er voll ab. Juhu! Da ist doch mehr hinter, als ich gedacht habe. Die Geschwindigkeit ist ganz gut. Jetzt geht's vorwärts. Jetzt wird's richtig windig. Nee, die macht dann gar nichts mehr. Das ist das Lustige. Jetzt geht's los. Aber wir sind ein bisschen schräg, habe ich das Gefühl. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht der Vollger. Hast du gerade gehört? Der hat einfach richtig Gas geben. Der hat den Probeller aber... Das ist geil. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Boah, ich mach's schonmal hier so. Boah, das ist so fehl. Das ist echt fehl. Gar nicht. Geil! Geil! Hose! Geil! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Boah! Einfach nur mega Windeln! Boah, lecker! Meine Hose! Boah! Boah,orsiert! Was? Es ist selten. Krass! 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 Einsteig, wieder einsteig, bitte. Auf geht's. Auf geht's! Auf geht's!